Ich bin Philipp Löwe, Segler und Juniorenweltmeister in der Laser Disziplin. Um beim Segeln erfolgreich zu sein, muss man an ganz vielen Komponenten der Beste sein. Es geht nicht mehr darum, der fitteste zu sein. Man muss auch mit dem Boot am besten segeln können, die Technik am besten drauf haben. Dazu kommen noch die taktisch-strategischen Komponenten, die meteorologischen. Und bei diesen ganzen Störfaktoren, sage ich mal, muss man trotzdem nur noch der sein, der am schnellsten das Boot segeln kann. Und das muss alles irgendwie zusammenfließen und dadurch ist es halt eine extrem proplexe Spornanlage. Jetzt abstimmen für mich.